Es ist eigentlich noch kein fertiges Gericht, sondern ich wollte einfach mal drei unterschiedliche Vanillesorten zeigen und habe eben von einer Pompona Vanille, einer Tahiti Vanille und einer Planifolia Vanille, eben drei verschiedene Vanillen, je ein Rahmeis gekocht und darunter einen kleinen Mandelbiskuit gesetzt und je eine Sorte Vanille mit einer Frucht kombiniert. Und die Vanille Planifolia habe ich mit Erdbeeren kombiniert, die Tahiti Vanille mit Kirschen und die Pompona Vanille mit Waldheidelbeeren und das ist jetzt, sage ich mal, kein Teller, den ich so in meinem Restaurant servieren würde, aber es ist einfach mal, um den Kollegen zu zeigen, eben was man alles, wie unterschiedlich Vanille sein kann. Die Pompona Vanille Vielen Dank.